Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Dienmacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zum Thema Spezialübung. Die Spezial-Spezial-Spezialübung, die Spezialtechnik, die euch verspricht, dass wir einen wunderschönen Astralkörper bekommen und ein wunderschönes athletisches Aussehen. Gibt es diese Übung? Dann lassen wir uns mal darüber diskutieren. Nun, grundsätzlich ist oft ein Fehler zu sehen bei vielen Einsteigern, Trainenseinsteigern im Bereich des Fitnesssportes, im Bereich des Kraftsportes. Es gibt natürlich tolle Vorbilder, die natürlich durch ihren Astralkörper, wie ich natürlich hoffentlich auch, natürlich eine gewisse Vorgabe machen. So, und der Anfänger sieht es bei irgendwelchen Videobübungen, bei irgendwelchen Bildern, sagt Hurra, das möchte ich natürlich auch erreichen. Und dann gibt es eine gewisse Übung, zum Beispiel, mein Bizeps ist nicht hoch genug, wo man den mittleren Bereich des Bizeps ein bisschen anhebt. Dann habe ich eine innere Brustschwäche, dann habe ich den hinteren, unteren Beinbeuger, ist ein bisschen zu schwach. Dann wird hier schon angefangen, im Anfangsbereich schon mit Spezialübungen zu arbeiten, zum Beispiel spezielles Trizepsstrecken mit einer Kugel dran und nach hinten noch ein bisschen rausdrehen und so weiter und so fort. Da ist oftmals eben noch gar keine Basic vorhanden. Das heißt, es ist noch keinerlei Basic vorhanden im Körper, da wird schon mit Spezialübungen gearbeitet. Da gebe ich jetzt euch einen Tipp. Und zwar, wie bei einem Bildhauer. Ein Bildhauer, der eine Skulptur ausarbeitet, der fängt definitiv nicht an, mit der Nagelfeile hier an einem riesen Stein rumzuwetzen, sondern fängt mit grobem Werkzeug an, mit grobem Werkzeug an, erstmal hier die Grundstruktur zu erarbeiten. Und das grobe Werkzeug für den Muskelaufbau ist natürlich ganz klar die altbekannten und die beliebtesten, sollten die beliebtesten Grundübungen, Freihandlübungen sein. Deswegen sollte man sich als allererstes mal mit diesen Dingen beschäftigen. Es ist das gleiche, wenn ich Bergsteiger werden will, dann fange ich definitiv nicht am Mount Everest an, sondern ich fange erstmal in der Basic ganz gleich an, mich eben eine Grundstruktur aufzubauen. Dazu noch den Tipp an alle Anfänger. Der Zeitfaktor, was ihr seht, wann ihr was erreichen wollt, ist immer, definitiv immer zu klein. Ganz einfach, wenn ihr ein guter Sportler sein wollt, geht mal ins Tennis, geht mal ins Golf, geht mal ins Fußball. Die sind nicht nach ein, zwei Jahren Spitzensportler, sondern die brauchen eine gewisse Zeit. Und genau das ist wichtig, dass wir das haben. Wir müssen Geduld haben, um hier natürlich sauber was aufzubauen. Deswegen ganz wichtig, arbeitet am Anfang mit Grundübungen, lasst euch von einem guten Training Grundübungen zeigen, arbeitet an der Basic, achtet darauf, dass ihr euch anständig ernährt, dass ihr euch eine gute Basic erarbeitet, wenn ihr die Basic habt, dann könnt ihr irgendwann mal drangehen, auch an die Spezialübungen. Nur, da dauert es manchmal erstmal ein, zwei, drei Jahre, je nach Struktur, dass man überhaupt mit Spezialübungen arbeitet. Und so lange sollte man Geduld haben, ansonsten wird das Pferd verkehrt herum aufgezeugt. Das war's schon, Andreas Trinbacher, Personal Trainer aus Karlsson, Thema. Wenn wir trainieren, dann trainieren wir richtig und fangen richtig an, mit dem richtigen Werkzeug. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Training. Uh, falsch rum.